Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Wir hatten gerade Trios gespielt und das Ganze auch noch gewonnen. Leider musste unser Triomed jetzt aufhören zu spielen. Daher können wir jetzt nur weiter Random Teams spielen. Ich hab die Kälte aber nicht mehr. Ich sehe nur wieder. Das sieht aber schwer nach Botlobby aus. Ja, ich weiß, das geht auch nicht aus. Einer ist wieder weit. Schläft. Halt, nicht finischen. Verhören. Ich verhören. Einer ist wieder crashed. Schläft auch. Da ist noch einer am Wasser. Ja, ich hab allen Cracks gegeben. Halt 91er und dann noch Cracks. Jetzt noch eine Waffe, hier ist keine Waffe liegen. Das war ein Bot. Hast du ein Ding als Pistolen für mich? Kann ich was geben, ja. Ich denke, er wird auch hier rumlaufen. Okay, das wird gar nicht gegeben. Ah. Ich bin hier. Ist doch mal ein echter. Er hat einfach keine Waffen. Nee, es war ein Bot. Ich hab Prisist auf jeden Fall gekriegt. Nee, ich hab ihn geholt. Auf den Heli. 20 Geld mit Pistole hat er gekriegt. Er hat 20 Geld mit Pistole zurückgegeben. Aber ich werfe dieses Glühbeam hier in Glas, es kommt Feuer raus und sie findet plötzlich das Feuer und das Glühbeam hier in Glas taucht einfach auf. Hinter dir? Das macht gar keinen Sinn. 90er Track, hab ihn noch. Ist erledigt. Waren wohl jetzt die ersten echten Gegner. Guck mal, ich zeig dir kurz, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, ich werfe dieses Glas, guck. Viele höre ich hier. Ich kämpfe gerade gegen einen Hai, weil er mich angreift. Ohne ihn anzuschließen. Ich kämpfe gerade. Er hat zwei Platz gemacht. Oh cool. Oh man, du. Ja, nice. Aber ich muss auch gegen Hai campen, weil er mich angreifen hat, dass ich nicht angeschossen habe. Hey! Du musst mal mehr, scheiße! Achtung, Seine. Achtung, Seine. Ihr habt zwei geholt von dem Team. Ich geh doch gar nicht. Da oben sitzt doch. Ach, das ist ein Andrück. Ja, da sind wir hergekommen. Das war einfach noch geholt. Ich soll nicht. Ja, Karl, bring doch nichts mehr. Gibt es nicht an nichts mehr? Doch, vielleicht. Nein, da hinten noch wasser. Das war eine interessante Mischung, echte Gegner-Bots. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dann zonache gut. Du bist gut. Dann verwendet der Route. Das kann ja wichtig sein. Dann kannst du mir mal noch etwas aufrufen,